Leute, ich habe diesen coolen Automaten hier entdeckt und da habe ich natürlich erstmal ein paar Sachen geholt. Ja, da habe ich hier ein bisschen kurz gewartet. Erstmal KitKat Birthday Cake. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Das sieht richtig, richtig cool aus. Dann kam auch schon das nächste Teil dran. Kinder Creamy. Ich denke mal, das ist so ähnlich wie Kinder Joy. Aber ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Ja, dann haben wir noch ein drittes Teil gezogen. Diese Candy Pop Popcorn Twix. Ich habe das Gefühl, es schmeckt richtig gut oder es schmeckt einfach richtig kacke. Naja, wir werden auf jeden Fall im nächsten Teil die ganzen Sachen probieren. Tschüss.